Ich befinde mich auf einer Reise. Ich will entlegene Teile der Erde entdecken. Will eintauchen in mir Fremde, zum Teil bedrohte Welten. Ich möchte Menschen besuchen, die ihr Leben dem Schutz dieser bedrohten Welten widmen. Mein Antrieb ist Abenteuerlust und wie schon bei den Entdeckern der vergangenen Tage, die Kraft des Windes. Ohne eigenes Boot muss ich immer wieder meine Mitfahrgelegenheit wechseln, um meine entlegenen Ziele zu erreichen. Auf meiner Reise sehe ich die Auswirkungen der Lebensweise von uns Menschen. Aber ich sehe auch Hoffnung. Die Hoffnung, etwas zu bewegen, etwas zu ändern, bevor es zu spät ist. Drei виigen, ein bisschen zu machen. Bist du auch! Dreiこれ, was du? Drei für mich! Bist du auch! Bist du euch! Du wirst du dich! Bist du dich! Bist du dich! Du bist! Bist du dich! Untertitelung des ZDF, 2020